Hallöchen meine Masseuristen, nein, Hallöchen Puppelchen, Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Battle Im letzten Partei habe ich ja gesagt, dass es Play ist, aber ja und wo war ich so lange schon nicht bei eigentlich, ist super mein Manker vertieft, wo ich selbst gekauft hatte und ja, und natürlich die Zeit vergessen, meine Lady, aber das macht nichts für mich eigentlich und ja, es ist so schön auch wenn ich ein bisschen Angst habe, aber das macht ja nichts, ne? jeder hat wahrscheinlich seine Ängsten bei Anime und so, denke ich ich denke, so ist es wahrscheinlich auch ein bisschen Panik gehabt, dass es bei mir vier Junu Geisterheiß gab und alle mit der anderen Waffe ich glaube, das ist eine gute Entscheidung gewesen, dass ich zwar sie gesehen habe, aber nicht nicht gefettelt habe, weil Junu und und Junu und ich nein, danke und das liegt nicht daran, dass sie so psycho ist, nein es liegt auch daran, dass ich ein bisschen Angst habe von Alice Quatsch von Alice genau nein, von Junu, weil ja, sie könnte mich ja stechen wollen Schein wie viele die brauche ich die 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 ach wie heißt sie, verdammt wie braun, haarige Fachgeld, ey das gibt es noch nicht, komm schon, Name Toku, ja genau Toku Fukawa, lieber hätte ich eher von Fukawa mich durchgelassen ja genau, genau sind wir noch in die Fresse, warte mal bin ich vielleicht doch kurz für dich in die, äh, in die Leben gekommen, ja nein, verbrennt es, nein nein, 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 das war aus Versehen ich bin tot aus Versehen gekommen und dann verbrenne ich es lieber als ich bin manchmal echt schlimm, aber das ist so, dass ich keine Angst hätte, niemals dann okay, da kann ich ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin jetzt appropriate als warte warte, warte, warte Wie macht man das? Das ist nicht mehr. Ich hab's. Hi! Doch. Egal. Oh Gott, wie schon wieder? Wie schon wieder? Und ich hätte sie am liebsten verbrannt. Ah, ich hasse Juno. Das Problem ist, ich mag sie. Wisst ihr, kennt ihr das, ihr mag sie generell? Aber wisst, dass sie total eine Vollmeiße hat. Und ich rede jetzt nicht von dieser alten Show technisch. Was hast du denn da für ein schreckliches Zeug auf deinem Kürbis? Hä? Hörbis? Dein Kopfkopf? Oh. Oh. Wesley und Handpelz. Du hast einen Blitzer getötet und packst dir seine Haut auf den Kopf? Ja. Warum das denn verdammt? Hält mal. Komm, fahr. Willst du mich verarschen? Oh. Vielleicht. Okay. Okay. In mir du das ging mir mal. Fuck. Oh nein. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. So. Pannenab. 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 Halt die Fasse. Pannenab. In your die. Äh. Ja. Pannenab. Nein. Ah ich hasse euch. Hasse euch. Pannenab. Pannenab. Mein Schritt ist weg! Fuck! Lalalala! Ich war es nicht! Ah, okay! Jawoll! Oh fuck! 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 Fuck, fuck! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich komme nicht weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Du dachtest, ich sterbe? Nein! Du dachtest, ich sterbe? Aber nichts darf! Ich sterbe nicht! Ich verreck nur! Oh Gott, ich habe gedacht, wirklich, ich sterbe gerade! Das hat ja definitiv mal ein bisschen gut funktioniert! Sehr gut! Mal erschreckenderweise! Mal gucken, ob das jetzt funktioniert! Ha! So! Das kratzt! Ah! Und das ist so, äh! Du bist nur zum Papakos hingekommen! Bye! Du bist nur zum Papakos hingekommen! Vielen Dank.